Danke, ich fühle mich sehr glücklich. Es war ein tolles Teamwork und ich bin sehr glücklich für die Sieg. Es war zwei Spiele ohne Tor, aber natürlich ist ein gutes Gefühl, wieder ein Tor zu schießen und auch ein Assis. Ich bin sehr froh und ich denke, mein Mitspieler ist ein guter Spieler. Es ist einfach für mich. Das ist ein Hexenkessel, das ist richtig hart da. Was denkst du über das Spiel heute? Ich denke, wir müssen die positive Energie bringen. Wir müssen verstehen, dass hartes Arbeit das wichtigste ist. Und wie du gesagt hast, es ist ein schwieriges Stadium zu kommen. Aber mit dieser Atmosphäre und dem Teamwork, die wir heute haben, können wir gewinnen. Ich glaube, dass wir die Partie so angehen müssen, wie es ein Spiel gegen Leipzig war heute. Und keinen Zentimeter weniger oder nichts nachlassen, sondern genau so anfangen. Es kann sein, dass wir da ein bisschen mehr Ballbesitz haben. Das wird wahrscheinlich so sein. Aber trotzdem müssen wir mit unserem Ballbesitz ein bisschen genauer spielen und vielleicht auch mehr Chancen kreieren. Aber ich glaube auch, dass wir das, was wir heute gezeigt haben und das, warum wir heute das Spiel gewonnen haben, dass wir das nicht vernachlässigen müssen oder sollen. Und das ist erstmal das Wichtigste.